Und jetzt hab ich hier die Scheiß-Gefängnisse laufen, ey! Wie du schlicht gefängniss? ACHTEN! JA! Na, es geht ab! Weißt du, da wird mein Pfiff jetzt die Gange richtig böse! Es geht! Na, Rudi? Alles easy bei dir? Ja, du, ich drück grad! Meine Damen und Herren, willkommen zu einer wunderschönen neuen Runde Verstecken! Mit den von letztem Mal auch vertretenen Dullis, David, Special Guest und so. Twitch.tv slash God of Nightmare. Das ist Oma Keta. Und Sven ist am Suchen heute in der ersten Runde. Juhu, hallo! Im Gefängnis sind wir. Erstmal gesagt, alles innerhalb der Mauer. Und wir sagen, wieder 15 Minuten. Oder Gegenvorschläge. Sonst schweigen sie für immer. Zum ersten, zum zweiten, zum drinnen, alles klar. So, Munition besnackt, Sven zu erschießen. Es war so 15 Minuten, wir haben eine Minute Zeit zu verstecken, wie sonst auch. Sven muss, gibt es dann das Signal, wann wir loslaufen dürfen. Okay. Ja. Also, ich leg mein Headset schon mal weg. Okay. Der dreht sich nur rum, ja. Ja, ich nehme natürlich so. Okay. Ist du gut? Ja. Ja. Okay, also, Minute fängt ab jetzt an. Ja. 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 Halbe Minute noch. Ja. 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 Ich komme nun raus. Okay. So, jetzt noch keinmal schnell. Okay, ist Sinn. So, alles klar. Ich hab nen Meter versteckt. Und los. So. Wo ist er hier? Tja, was musst du jetzt hier rausfinden? Was weiß ich? Also ich glaube, Yannick ist hier irgendwo. Hört schon wieder so panisch. Ist auch irgendwo bei mir in der Nähe. Hundertprozentig. Leute, was ist das denn? Sven hat seinen Penissen. Nee, Sven hat mein Kunstwerk entdeckt. Achso. Nee, ich bin irgendwie versetzt worden. Ah, okay. Ja, wir spielen auf dem Ozean-Server, deswegen gibt es natürlich wieder Ping-Probleme, aber das gab es letztes Mal auch. War nicht so schön wie jetzt. Ja. Ja, jetzt ist es wirklich schön. Jetzt sind wir beim größten... Server... EU... EU West. EU Ocean, Alter. EU Ocean West. Ey, ich finde mein Kunstwerk schön. Kennt ihr noch Adam West? Was denn? Kennt ihr noch Adam West? War krass. Ich weiß, das ist ein tolles Spruch. Was kenne ich? Adam West. Ne. Adam West. Ich hab doch auch einen Fans-Batman. David! Ich! Das war schon blutig, Leute. Es ist immer blutig. War ein blutiges Kunstwerk, ne? Ein Kunstwerk, okay. Wo kann man besser kurz machen als auf den Toiletten? Ne, ne. Ne, mein Kunstwerk ist im Innenhof, so viel kann ich dir sagen, und es besteht aus Stacheldraht. Stacheldraht? Papa Wolf. Hab mir ganz viel Witz gemacht. Was ich fest... Ja, ich wär das, oah. Luiu! Gloming! Janic, scheld sich! Steck die Waffe weg. Schau dich auf den Schatz! einfach messer 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 ich hab ein bisschen laut ich habe heute mal ein bisschen das back using in den dingen ja getestet ich habe das noch mal morgen in golden morgen gefunden wo er unten drunter gehen kannst und wenn du oben an der treppe eine bärenfalle position ist sondern unten drunter durch gehst dann löst du die bärenfalle aus da gibt es ärger die zugleise ist außerhalb der mauer alles innerhalb der mauer also also selbst da wo keine mauern sind wenn also da wo ja also da wo die mauerreihe jetzt geht nicht okay gut als letztlich weiß das letztes mal beim schneiden hast du hast einmal sich im moment kam wo die mauer aufgehört hat und wurde ich gefragt also der könnte noch dazu okay der klar der kann erst damit 30 sekunden vorher durchgegangen hey sagen wir 10 hey wo seid ihr denn ja ich bin kurz auf jeden fall gefunden krass ne das wäre ich mal kurz Sven ist mal krass anbeten. Seid ihr also drin oder draußen? Ich bin drin. Du bist also drin. Ich hab vier Wände um mir. Interessant. Ja, ich hab auch vier Wände um mir. Gut zu wissen. Triff bis da oben. Das hört man sogar. Ich bin wieder dem Wiss. Alter, das Gefängnis ist so fucking groß, ne? Ja, aber du hast ja noch neun Minuten. Ja. Achteinhalb. Trotzdem liegt es daran, dass das Gefängnis Racken groß ist. Neun und halb. Warte mal. Weil dann nicht mal Halbzeit und du machst mir schon Hinweise gegen. Ja. Brennt dir irgendwann aus? Ja, ne? Ich weiß nicht. Die Brennzahl lang. Okay. Weißt du, wenn ich den Tipp habe? Ja. Ich hab mich schon mal bewegt. Wow. Du bist schon mal an mir vorbeigelaufen. Ich geb dir auch einen Tipp Sven, da wo du am Beten warst, da war ich ganz am Anfang. Ich hab ja nicht mal gebetet. Also... Ich bin jetzt hier bei diesem eigenen Kack hin. Okay. So zu wissen. Ich bin jetzt hier bei diesem Kack. Ich bin jetzt bei der anderen Kack. Weißt du, wir gucken beide so, also so. Das ist ein bisschen, wenn man die Silhouette vom anderen sehen kann. Ja, es ist halt so geil. Es ist so geil. Ich habe es wohl gesagt. Ja, Sven. Also, ich gebe den, nee, ich gebe den Halbzeitenhinweis. Was soll ich? Zur Halbzeit musst du noch ein Hinweis geben. Aber, Janek, nichts, nichts, was explodiert, bitte. Ich habe herausgefunden, dass die Türen eine Haltbarkeit haben. Ja, ja, das weiß ich. Ja, Halbzeit auf jeden Fall. Also, wenn du den einen findest, der andere ist nicht so weit weg. Er ist echt nicht weit weg. Krasser Typ, krasser Typ. Wenn du den einen gefunden hast, dann findest du auch den anderen. Ja, das ist halt wirklich so. Okay. Aber ich habe das Stecken schon immer gehasst, ja, auch als Kind. Aber du fühlst auf... Ich meine, das ist so un-actionreich, was bei uns passiert, aber... Das ist so un-actionreich, was bei uns passiert. Wie muss ich Sven fühlen? Nicht gut. Einfach nicht gut. Ja, Sven hat immer an die Ehre, dass er 90% der Aufnahmebegriff kriegt. Ja, Runde zumindest. Wow. Ja, stimmt, ey. Ja, stimmt. Alter, wo ist der Stricher denn jetzt? Sven ist am Spawn. Da unten. Ich habe gepinkt, David. Guck mal runter. Ja, ja, ich habe es gesehen. Jo, habe ihn auch gesehen. Also meine Hinweise sind ja richtig offensichtlich, ey. Dass ich da schon zweimal vorbeigekommen bin. Du sagst, Mutter werfen kann ich ja auch. Ja, sagst, Mutter werfen ist easy. Der hat mich also gerade gesehen. Ja. Mhm. Oh, gleich 10 Minuten, Sven. Ja, fetz mich bitte nicht. Ja, hast du keinen Stress. Letztes Mal hast du mich auch gefunden bei 15-1, ja. Das ist richtig böse, ey. Das coole ist, eigentlich können wir die Runde jetzt nutzen, um das zweite Verstecken auch gleich hinten dran zu hängen. Ja, das stimmt. Aber wollen wir dann fortgehen? Nee. Welche Bedingungen müssen herrschen, ne? Ich wäre für Golden Morgen, ehrlich gesagt. Ja, vielleicht nicht so vorbeigekommen. Immer bei einem Ort bleiben wir das so vorbeiget. Bei einer Folge. Sven. Echt? Gefängnis also nochmal. Was ist die? Gefängnis ist echt schmutzig. Okay. Okay, jetzt könnte man denken, also sagen, dass du nicht unbedingt den findest, wenn du den anderen findest. Nicht unbedingt, aber... Ja, da muss ich noch eine Leuchtfackel für Yannick aufheben. Ja, ne? Wie viele Minuten haben wir noch? Warum muss das scheiß Geface groß sein? 12,5? 11,5. 11,5. Okay, bei 12,5 ist ja immer bestreit. 12,7. Alter, alles hier so verwinkelt und große Scheiße hier, ey. Also Sven, ich gebe dir einen Tipp, ich war immer im gleichen Gebietsbereich. Also... Sag mir mal, 12,5 ist wirklich bescheidig, ne? Das ist jetzt 12. 12,7. Alter. Oh, ey. Ey, das wird jetzt ein harter Typ, wenn er jetzt da rauskommt, ne? Wenn er jetzt da rauskommt, dann habe ich verkackt, ey. Seid ihr mehr so oben oder unten? Ich bin unten. Ich bin auch unten. 12,5. 12,5? 12,5? Tschüss. Also, ich habe mein Geschäft erledigt. Guten Appetit. Sven, ich war die ganze Zeit auf der Toilette. Panik. Doch. Weil ich die Toilette nicht gesehen habe. Oh, fuck, warte mal. Oh, fuck. Oh, fuck. 13 Minuten. 13,9. Zwei Minuten noch, Sven. Easy. Hi. Hi. Ah, Sven. Ah ja, stimmt. Sven musste uns ja schießen. Ich hatte es vergessen. Stimmt. Aber wenn er mich nicht findet, können wir den Ruf weitermachen, auf jeden Fall, wie du es gesagt hast. Genau. Stimmt, wenn er dich nicht findet, dann kannst du mich aufheben. Obwohl, das ist ja auch ein bisschen kacke. Ne, warum? Ihr seid auf dem Team, dann könnt ihr euch das G-Seite jetzt sehen. Oh, ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist sowieso kein Sinn. Oh, mein Gott, das ist ja so dumm. Stimmt. Ich dusche mich mal kurz. Na, geht ihm mal duschen. Da muss ja Sven auch mal eine Chance geben. Ah. Sven, ich will dir jetzt mal ehrlich sagen, ich war wirklich die ganze Zeit auf den Toiletten, aber nicht auf denen, die du gesehen hast. Ey, weil die habe ich nämlich zwei, dreimal abgesucht, die Toiletten. Also. Oder sagen wir es mal so, ich war noch nicht an den Toiletten, die du vermutet hast. Letzte Minute. Aber wir können auf jeden Fall noch den Butcher oder die Spinne machen in der Zeit. Yannick, wo bist du? Weiß ich nicht. Ich sag mal so. Ich glaube, es trennt eine Mauer. Ich glaube auch. Ich trenne eine Mauer. Wie viele Minuten noch, Yannick? 20 Sekunden. Ja, ich trenne eine Mauer. Ja, was für eine Mauer? Ziemlich. Die hier. Eine dicke Mauer. Aber ist die hier? Ihr auch. Ja, naja. Hä? So. Fünf, vier, drei. Es hat die scheiß Treibmeck runterspringen können. Was ist das denn, Lutscher? Eins. Gewonnen! Boah. Jawohl. Yannick, gib mich mal aus. Go, go. Ja. Das war jetzt die erste Runde. Das war die erste Runde. Dann machen wir gleich eine zweite Runde. Mal gucken, ob wir Sven's Rekord schlagen können. Dann bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. So, ladies and gentlemen. Zweiter Teil. Und David versucht jetzt richtig was zu finden. Eigentlich hat er schon gewonnen, aber gegen Sven, der Tag ist sieb. Aber er hat gesagt, ne, das mach ich jetzt nochmal. Das geht noch schneller. Warte, ich stelle mir nochmal eben neu auf. Auf gut Deutsch, meine Aufnahme hat einfach verkackt. Easy game. Ja, mein Gott. Goody. Er konnte mich nur nicht finden. Bin ready. Okay. Also ich bin soweit ready. Ich würde mich jetzt umdrehen. Ich hoffe, meine Aufnahme verkackt nicht. Ich habe jetzt wirklich alles im Blick, was ich nur im Blick haben kann. Das ist ja quasi eine ganze Runde. Zwei Highline-Runde sind ja sonst quasi eine ganze Runde. Also Kopfhörer nach unten. Ja. Beginnt jetzt. Alles klar. Alter. Sven ist ein Idiot. Kannst du dir hier aufgehen? Du bist ein Idiot. Dafür krieg ich einen Pumpe. 30 Sekunden. Ja. Ja. Du hast meine Fisch. Spaß noch. Scheiße. Scheiße. Sven hat das krasseste versteckt. Er spielt Leiche. Ja, du hast einen Schacheldraht irgendwo hin platziert. 15. 15. Danke, Yalik. Ja, du kannst ihn. 8. 7. Oh, scheiße. Ich habe vorher gestern aufzunehmen. Ja, drück jetzt. Ja. 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 Okay. Jetzt drehe ich mich um und schaue, ob meine Framerate einbricht. Nein, tut sie nicht. Jetzt gehe ich raus. Jetzt gucke ich nach oben. Nein, tut sie nicht. Dieses Mal funktioniert alles. Alter. Ja? Bin ich doch in einem Bereich oder bin ich nicht mehr im Bereich? Nein. Sven ist bei... Das musst du ja wissen. Ich bin auf dem Bereich, glaube ich. Sven ist irgendwo, wo es grenzwertig ist. Sven und Sven geben dir jetzt schon Tipps, jetzt wo man noch 50 Minuten ist. Schon gewachsen. Ja. Ganz ehrlich. Sven ist grenzwertig unterwegs. Das ist gut zu wissen. Jetzt passt die Framerate. Ah, ich bin ja mal gespannt. Ja, Toiletten hat wieder Yannick eine hinzugemacht. Na jawoll, Yannick. Ich bin mal gespannt, wo sich Yannick dieses Mal versteckt. Das letzte Mal ist ja nicht so gut gelaufen, ne? Das stimmt. Sven? Ja? Weißt du, als du das letzte Mal gepackt hast? Grenzwertig. War ich irgendwie am Turm gesessen? Daran kann dich mich irgendwie erinnern. Zeig mal, was du für mich Schönes hast, mein Lieber. Ja, nehm ich mit. Nehm ich mit. Danke Sven. Wenn es heute durchstimmungen unterwegs ist. Ja, erst hat er ein mega geiles Versteckchen gehabt. Ja, gut. Die Aufnahme ist nämlich schief gelaufen. Und dann bin ich im Versteckchen, ne? Innerhalb der Minuten sterbe ich, weil ich in die Stacheldracht laufen würde. Stacheldracht? Das ist eine Bärenfalle. Ja, weißt du. Auf jeden Fall. Da hat er mich gestorben. Da muss Yannick mich wieder beleben. Da habe ich noch 30 Sekunden. Okay, Yannick, komm. Dann fragst du auch noch, ob das grenzwertig ist. Das ist halt für Alzheimer. Alter, als ob ich Alzheimer hätte. Vielleicht hat er das. Yannick, ist es grenzwertig? Ich habe das gar nicht gefragt. Ich habe gar nicht gefragt, ob es okay ist. Ja, und das ist ja schon so. Ja, ist es grenzwertig? Nee. Doch, das ist so die Frage. Ist es grenzwertig? Ja, du musst dir nicht zuhören, wenn du am Aufnehmen bist. Nee, nee, muss ich nicht. Ich muss nicht zuhören, wenn ich aufnehme. Nee. So, Yannick. I'm ready to fuck. Ach, schade, Sven. Ja, finde ich auch schade. Aber jetzt kann ich das los für mich. Okay, ich dachte, wenn es sich jetzt nicht mehr zuhören. Okay, und als Sven gefragt hat, ob das grenzwertig ist, muss Yannick nicht dort gewesen sein. Ja, das heißt dann nichts. Genau. Genau. Ja. Kann alles. Da braucht was Sven Skutschen verstecken. Ha! Das wäre krass gewesen, das wäre krass. Das wäre echt krass. Wäre echt krass, ja. Da wollte ich mich eigentlich nochmal verstecken. Aber dann dachte ich mir so, da kommt das bestimmt als erstes nach. Nee. Dann habe ich nicht als erstes nachgeschaut. Weil ich mir nämlich dachte, ne, machst du nicht. Wäre es, wenn der Yannick dann da weht hätte. Wie jetzt gerade. Nee, nee. Bin ich ja auch nicht. So krass bin ich jetzt auch nicht. Die Frage ist, ist Yannick? Yannick? Kannst du dich mal umgehen? Nee. Okay. Schade. Das heißt, Yannick ist an dem Ort, wo er sich nicht umdrehen kann. Das heißt... Ich werde jetzt F drücken, ne? Dann ist er zu sehen, wir enden. Ja. Bin ich denn hier am Hauptmenü oder wo landet er? Nee, nee. Zurück an der Leiche. Achso. Warte. Auf mir fallen. Ich glaube es nicht. Also ich muss jetzt echt sagen, das Twin Verstück war schon impressive. Mhm. Ähm. Frage ist... Frage ist... Frage ist... Ja. Wie viel Zeit noch? Ich wette jetzt gleich eben die Antworten. Warte mal eben. Du hast noch neun Minuten. Neun Minuten. Siehste. Ja. Alles hat red. Also alles hat red. Okay. Yannick, gibst du mir schon einen Tipp? Mhm. Uff, 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 uff. Er gibt dir keinen Tipp. Sowas von gemein. Den Tagessick hast du ja schon wieder damit. Nochmal. Ja, sogar noch. Das war ein Tagessick nochmal getoppt. Wichtig, richtig krass, oder? Ja, du. Er ist gut Feder gemacht. Du musst mehr in die Welt oder in deine Leiche? Ich guck dir zu. Achso. Das ging... Das dachte ich vorhin auch mal eben ein bisschen... Hast du gesagt? Wenden. Ja, ich hab geguckt. Alles klar. Sehr schön zu verstecken. Mhm. Also... Also... Schau mir mal. Entschuldigung, ich konnte gerade nicht wirklich suchen. Ich hatte gerade Besuch. Ja, du hast ja... Zeigst du... Ja, du... Oh... Also... Rekord getoppt, David. Jetzt kannst du nur noch den einfach noch... ...vermägen, ne? Genau. Ah, hier ist das Stacheldraht. Also hier ist schon mal keiner durch. Ehrlich, ernsthaft? Oder mit Opfer. Ja, da kommt man nicht mehr durch. Hab ich gerade bemerkt. Musst du von unten kaputt machen. Acht Minuten noch? Glaub ich mein Timer? Janik, willst du mir schon einen Tipp geben? Nee... Halbzeit. Halbzeit. Halbzeit sagst du? Also siebenfünfzig. Ja, also siebenfünfzig. Ne, stimmt. Siebendreißig. Hat er vollkommen recht. Eine Minute hat. Bei wie viel sind wir nochmal, Sven? Äh, bei acht und zehn. Okay. Okay, Janik? Können wir uns darauf einigen, dass du mir den Tipp gibst, oben oder unten? Ja. Ach. Okay. Ja, genau. Also jetzt ist... Acht Minuten ist schon vorbei. Ne, I don't know. Okay, warte ich noch 30 Sekunden. Bevor ich meine Antwort nicht habe. Ja, Sven sagt einfach siebendreißig irgendwann. Okay. Lecker. Halt jetzt. 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 und die Räume dazwischen, dann ist ja nicht mehr so viel. Man hätte auch noch sagen können, oben, unten, Mitte, weißt du? Ja, wenn du unten sagst, ist ja schon mal Boden. Ist ja schon mal nicht mehr eins oben oder eins unten. Gibt ja keinen Keller hier, Gott sei Dank. Ich habe doch gerade Schritte gehört. Das war deine Schritte. Sicher? Ja. Den Tipp gebe ich auch, ich habe mich nicht bewegt. Also Schritte von mir können sie nicht gewesen sein. Das war in Wirklichkeit meine, weil Janik hat mich wieder beliebt. Das war ein Move. Müsste man sowas auch machen? So eine Regel dafür führen? Boah, da müsste man eine Regel einführen. Das würde man nächstes Mal machen, weil meines ist so gut. Aber gar nicht so schlecht. Also Sven, das ist eine krasse Idee, die du da hattest. Das ist richtig auf Ideen rein. Spricht der Counter dann quasi von Kills wieder auf 0 oder kann man dann einfach 3 machen? Boah, das ist eine gute Frage. Ja. Ja, klär mir dann. Sag uns das gerne in den Kommentaren. Wenn ihr dann natürlich, die seht ihr natürlich umso schneller, wenn ihr das Video geliked habt, dann kommt ihr noch. Das ist so ein Lade-Effekt von Youtube. Das wird jetzt echt knifflig. Und Janik ist unten. Das ist jetzt echt ein bisschen knifflig. Er kann ja auch unten in den Gebäuden sein. Wäre eine Möglichkeit, ja. Wow, Sven. Wow, Sven. Willst du gleich mir sagen, wo er ist? Das war wirklich ein Impressive Tipp. Also ich kann dir eins sagen. Ey, ey, ey. Ich bin daneben, Sven. Stimmt. Er ist ein Leben noch. Er ist auf demselben Server wie du. Nee. Unglaublich. Sven, die Zeit ist noch? Achso. Ja, Zeit. Moment. Noch vier Minuten. Okay. Ähm. Gefängnis ist ja mehr so stahlig, weißt du. So Rost, Metall und so, ne? Ja. Das siehst du nicht gerade. Das siehst du nicht? Nee. Ich hab keine Stahlsicht, sagen wir immer so. Ah ja, okay. Du kannst also nichts aus Metall sehen. Ist das richtig? Genau. Hm. Und Sven sagte, er kann sich nicht drehen. Hm. Das hab ich nicht gesagt. Doch, du hast vorhin gesagt, kannst du dich drehen. Nein. Er hat Janik antwortet. Genau. Weil es vielleicht interessant war in diesem Augenblick. Kann es ja auch sein. Das hat die andere Option. Das ist, das ist jetzt die Frage. 3 Minuten 10 nur. Ich bin durch jeden Raum gegangen, durch den man gehen kann. 2 Minuten weiter. Ich bin wirklich durch jeden Raum gegangen, durch den man gehen kann. Also, das heißt, du bist nicht im Gefängnis selber. Genau. Das kann ich dir auch sagen. Genau. Okay. Okay. Dabei lässt du nicht auf... Da lässt du nicht auf dieses Holz fliegen. Alter. 5 Minuten noch. Extraktion sagt 5 Minuten noch. Alles klar. Das ist ja Laten. Ich muss jetzt echt überlegen, wo der Janik ist. Warte mal. Bedeutet nicht Gefängnis auch Mauern? Das ist die Frage. Ich bin innerhalb der Mauern. Das kann ich... Naja, aber das heißt, dass du bist auch nicht in der Mauer. Auf gut Deutsch. Vielleicht bin ich einfach... War ich jetzt nicht ganz weit neben Sven. Nee, das... Das hätte ich gesehen. Einrufe? 42. Fuck. Glaubt mein Heimer? Fuck. Das kann nicht sein. Jetzt hast du sogar zwei Heimer. Das kann nicht sein. Doch, David. Das kann sein. Nee, kannst du nicht... Wo ist Janik? Ich bin hier schon tausendmal durchgegangen. Tausendmal... Janik. Tausendmal ist nichts passiert. Was für ein Sven? Dreh dich nicht mehr mal. Nee! Nee! Dreh dich doch mal! Nee! Warum denn? Da hättest du den Tod sinnvoll. Alter, das war ja... Eine Minute hattest du doch. Ja, okay. Mein letzter Tipp wäre gewesen, ich hätte auch bei Tiere wären wir auch gut aufgerufen. Ich fand ihn aber nicht so schlecht für das Versteck. Nee, war's auch nicht. So, ich suche mir jetzt einen Ausgang. Ja, da hat er auf jeden Fall den Rekord noch krasser gemacht, denn die waren sogar beide geklärt. Nee, warte mal, ich komm hier nicht mehr raus. Ja, ich wär hier auch nicht mehr rausgekommen. Nee, hab ich auch gesagt. Doch, warte mal, hier ist ein Fenster und hier kannst du rein. Achso, das meinst du? Geil! Ich dachte allgemein von der Merk. Ja, das stimmt. Oh man ey. Naja, raus komm ich vielleicht schon noch. Aber das werdet ihr nicht erfahren, denn das war die Folge Verstecken. Vielen Dank für sein schön, Leute. Damit hab ich wieder den Tagessieg geholt. Zweimal. Juhu! Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.